Ja Ach ja und damit herzlich willkommen zu einer nacht in minecraft meine freunde Eine nacht die ich eigentlich vorher geplant hatte aber leider Ging es nicht Und zwar ist das ja eigentlich das wollte ich eigentlich die helloween ein helloween special in minecraft raushauen Leider ging das nicht der rost Jetzt genau Leider ging das nicht da ich mich mit dem folgen vertan habe Und darum Sind leider Dieses jahr kein helloween special für minecraft rausgekommen Sondern ein helloween special in was das sind ja alles Das ist ja krass gemacht Sondern ein helloween special in Ähm 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 Na In einem anderen mod das seht ihr ja dann Ähm Alter Ist schon krass Ich bin gerade ein bisschen verwirrt weil ich einerseits mir gerade dieses texture pack anschauen möchte Das ist das silent till texture pack das wollte ich mir für diese aufnahme extra runterladen Die blumen sind glaube ich jetzt nicht aus dem silent till Oh die kennt man ja die dame Ähm Aber so spannend finde ich jetzt doch nicht Also ist ein bisschen cool aber Es gibt schöneres Ich mache mal wieder unser altes unser anderes einmal wo ich momentan drauf abfahre und zwar Das pur sparks das gefällt mir manchmal wirklich sehr gut Es ist ein sehr fröhliches und offen ich mache mal kurz licht bei mir an jetzt ist gerade so dunkel hier Ach und schon ist es besser Ich habe nämlich gerade die creature aufgenommen Ähm Muss sagen Er hat mich ganz schön zu Tode erschreckt Oh hier so schön bunt hier Na wunderbar so gefällt mir dass ich für diese Pyramidia so geil gemacht Und meine Freunde ich habe schon Pläne für die Folge Oder für die Aufnahme Die sicherste mehreren Folgen wieder wird Ich nehme so viel Minecraft momentan auch Ich habe aber auch voll Bock dazu Ist bei mir manchmal Manchmal habe ich gar keinen Bock Minecraft aufzunehmen Dann hänge ich ihn daher und kriege es gerade so hin Im letzten Moment die Folgen aufzunehmen Und wieder andere Male Ähm Habe ich 50 Milliarden Folgen Ähm Warte Ich brauche Rohstoffe Ähm Eins Zwei Drei Vier Fünf Ne ich brauche nur vier Ach egal so warte mal Wir nehmen ja mal das hier mit Und dann Obwohl wir nehmen uns mal Zwei davon mit Wir nehmen uns mal Drei davon mit Genau Dann nehmen wir Und die gehirn und die gehirn sind auch geil Ach so stimmt Wir haben noch gar keine kürbisse ab gepflanzt Abgearmtet Abgearmtet meine ich Wir haben auch so ziemlich wenig essen momentan Das könnte so ein kleines problem werden Aber ich finde ich uns cool Ey hier sieht geil aus Ist ja gewollt dass die so wild durch die Gegend wachsen hier Hier pflücken wir mal ab Das sieht voll geil aus Gibt es mal an wie die kürbisse einfach so wachsen Ach das Wasser sieh Ich finde das sectionback echt schön Ich würde ja so mich freuen Wenn die honey mal wieder eins machen würde Ich würde mich so freuen Allgemein ich habe mir mal vorgestellt Es wäre mega geil mal mit honeybolts zusammen aufzunehmen In 100.000 Abonnenten Reden wir nochmal drüber Dann spreche ich sie mal drauf an Ob sie denn Lust hätte In 100.000 Abonnenten ist auch eine gute Zeitangabe Zeitangabe vor allen Dingen Wofür könnte man auch als Zeitangabe eigentlich sehen In dem Moment Sehr aber es ist sehr kritisch gesehen Ist halt das Wasser die andere Farbe Guck mal hier ist es blau Ne täuscht das? Ne das täuscht Durch den Schatten Den Schatten meiner selbst Oh da ist wieder ein Kürbis Super So Und so habe ich mir überlegt Ihr sicher Ihr wisst schon was ich vorhabe Und zwar möchte ich ein paar Eisengolems spawnen Aber natürlich nur in den Bereichen Wo auch keine Creeper Wo auch keine Burgenschützen Die Blatt machen können Das wäre nämlich uncool Und ich würde es trotzdem gerne Ein wenig Halloween mäßig einrichten Wollen Dann können wir da zum Beispiel Mal einen hinstellen Warum kann ich da keinen Kürbis draufstellen Na interessant Da kann man noch einen hinstellen Achso hier sind die Eingänge Da können wir noch zwei hinstellen Da noch Hier noch Da noch einen hin Überall sind die Kürbisse Das tut doch richtig gut Und dann stellen wir hier noch einen hin Da noch einen hin Da noch einen hin Hier noch einen Das finde ich richtig cool Mit den Kürbissen gerade Jetzt habe ich alle Kürbisse verballert Ich bin auch ein Idiot So ich mir neu holen Neue Kürbisse holen Also drei brauche ich mindestens Ich weiß ja nicht wie viele Golem sich spawnen kann Aber da sehe ich schon Wachsen schon die ersten begierig wieder nach Ist ja alles kein Problem Und muss halt nochmal Kürbisse Und es sind genau drei Ne vier sogar mittlerweile Und dann nehme ich dich gleich die Axt So Na da brauchen wir erstmal wirklich Kürbisse spawnen Und dann würde ich sagen Wir ersten spawnen wir Ey Kürbisse spawnen Fein Den ersten spawnen ich einfach mal hier Ich brauche kurz eine Workbench dafür Wo ist denn die Workbench die hier stand Da steht einer Da soll ich mal ganz kurz das Eisen hier zu Blöcken machen Na komm einen machen wir noch So Dann würde ich jetzt ganz einfach mal hier entspannen Alter sehe ich nicht geil aus mit dem D-Sector Pack Steht der Baum fest Ne Alter das wären unsere Wächter hier Richtig geil Richtig Avesorn Das müssen wir natürlich hier zumachen Und auch was das ist ja wirklich Achso hier haben wir noch ein paar Eier Die müssen wir noch aufsammeln So Einen holen mehr Einen holen mehr Wie sich das halt für Meinen Baustil gehört So machen wir da mal ein bisschen Wiese hin Super Sieht ja schon viel mehr nach meiner An meinem Baustil aus Sollte Eisenkohlens übrigens nicht schlagen Ich glaube die schlagen zurück Überall ist nicht ganz sicher Aber ich glaube die schlagen zurück So Das ist doch super Da haben wir noch Moment Da müssen wir dann noch eine Blume hinsetzen Da müssen wir dann noch eine Blume hinsetzen Da haben wir noch drei Körner Den können wir dann die Tiere füttern So Und der kann da hin Wie zur Hölle Achso Da bleibt wenigstens was drinne Gefallen mir auf jeden Fall Nicht machen So Hier geblieben So kann der irgendwo andersrum drüber nägern Genau Na gut Wir mussten auch mal was essen Wir haben nämlich doch Aber noch was Sehr schön Wie sieht es aus mit Rüstungstechnisch Ich mach mal kurz die Musik an So wie sieht es aus mit Rüstungstechnisch Ich würde jetzt gerne mal rausgehen Und ein wenig Skelette jagen Ne 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 Wir machen das anders jetzt Und zwar Habe ich einen Plan Diesen Plan Können wir aber nicht einfach so erfüllen Dazu brauchen wir noch mindestens zwei Kugelfische Denn ich möchte unter Wasser etwas mit euch bauen Also nehme ich mir die schon mal hier rein Die Nachtsichtränke könnten da auch eine gute Idee sein So dann nehmen wir uns mal noch hier Zwei Wasserflaschen Dann brauche ich noch Redstone 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 Wenn da Wasserflaschen geht dann brauche ich dich ja theoretisch auch noch Ich glaube ich kann jetzt hier raus ohne zu sterben Ich habe auch keine Fackeln Ich bin dabei Ich bin dabei Sieht echt zeräktig aus Das ist ein Zombie Aha So Dann machen wir erstmal hier Ein paar Tränke Nehme ich mal noch gleich drei mit Und wir beginnen mal zu angeln Guck mal hier angemahne Zombie Hat gar nicht geklappt Schade So Immer auch schön die Angel beobachten Dann funktioniert das auch Boah Ich muss mal ganz kurz Ich hoffe jetzt verpasse ich nichts Die Webcam die ich gerade zum Screecher aufnehmen benutzt habe umstellen Sie blenden mir mich mega ins Gesicht wenn ich hier noch hinten dran Licht offen habe Ich bin mir gerade nicht sicher ob das wirklich ein Wasser ist So Na komm schon Zeig mir mal das Glück des Meeres Das wäre äußerst fabulös Zeig mir das Glück des Meeres Hallo Günther Was ist denn los Was ist denn los Nichts gefangen Na gut Geht das mal normaler Ja muss ich am nächsten Angewurfs gleich mal umsetzen Damit wir aus dem seltsamen Trinken schon mal Wassertränke machen Mit dem einen Fisch den wir noch haben What is going on Fisch 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 Wo schau mal Also das hat mich jetzt mega interessiert Und zwar habe ich mitbekommen Da habe ich das gelesen Dass wir dieses Jahr vom 16. bis zum 22. September Anscheinend auf der gesamten Erde 6 Tage Nacht haben Oh das ging schnell Das habe ich jetzt so gar nicht gewollt Es hat mich mega verblüfft Ich habe es Ich glaube es Oh Ich glaube es bis jetzt Ich glaube es bis jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht Aber äh Soweit ich das mitbekommen habe Ist das auch eine offizielle Seite gewesen Also nicht nur so offizielle Funseite Sondern so eine richtig offizielle Seite Mit News für sowas So eine Astro Seite war das Von der NASA Und wenn das stimmt Dann haben wir echt vom 16. zum 22. Dezember 2014 Sechs Tage lang Sonnenfinsternis Wegen einem Sonnensturm Der Also ich werde das nochmal erkunden Wenn ihr da genaueres wisst Es wäre mega nice Wenn ihr das mal in das Video schreiben würdet Weil das interessiert mich richtig Ich meine man sollte schon wissen Wenn man 6 Tage ohne Sonne lebt Ich bin ein Mensch der liebt die Sonne Was soll ich ohne Sonne machen? Sechs Tage lang Ich halte mal wo du sitzt Abends um 14 Uhr Äh nachmittags 14 Uhr zu Hause Und es ist einfach alles dunkel Alles Und wieso fange ich keinen Kugelfisch? Ich will Kugelfisch Ich will Nemo Oder ich will irgendwas Spezielles fangen Also ein verzaubertes Buch wäre nicht schlecht Am besten So ein Glückbuch Ey das wäre so geil Wenn man ein Glückbuch fangen würde Könnte Nein Herr kackt Und wir werden hier eine Unterwasser Unterwasser Ach man was ist los jetzt Wir werden hier einen Unterwasser Ähm Gebäude bauen Das wollte ich schon immer mal machen Aber es gab bis jetzt nie die Möglichkeit Das zu tun Und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal machen Und hoffen dass es was wird Und dass es gut aussieht Ich habe mir das so vorgestellt Dass wir so Wie so ein bisschen so wie Rapture Das aufbauen Wer das nicht kennt Das ist aus Bioshock mal anschauen Äh ich habe es zwar selber nie gespielt Ich habe das schon jetzt Play vom Gronkh aber gesehen Deswegen ähm ja Ja So ähnlich wollte ich dieses unterirdische Ding aufziehen Ja ein Kugelfisch Super okay Dann packe ich jetzt mal den Spaß da raus Und haue die Kugelfische da rein Mal schauen nochmal Wenn wir noch Kugelfisch fangen in der Zeit Oder was anderes spezielles Fände ich jetzt schon nice Ich würde sowieso Aus Tags damit anfangen Darunter zu gehen Und dann können wir den Tag Und die Nacht durch basteln Lol Kugelfisch Na los komm gib mir noch ein Buch oder sowas Irgendwas geiles Oder noch eine Angel am besten Ich finde es immer noch genial Dass wir mit der Angel eine Angel gefangen haben Und was hier Äh es gibt momentan So ein bisschen was Neues Irgendwie so ich weiß nicht Eine lange Zeit lang Hat mich nichts zu tun Und jetzt auf einmal so viele Dinge Einmal das mit der NASA Blablabla Und was mich auch interessiert Ist ja das Minecraft Von Microsoft aufgekauft wurde Lol Echt jetzt so? Haha Was ist das denn Für ein überkrasser Bogen Ey und was ziehen wir hier Was ziehen wir hier für ein Zeug raus Alter Schwede Das war doch nur ein Witz Aber geil Oh mein Gott War ein Rest hier weg Damit ich sehe was ich rausziehe Alter was ist das für ein Bogen Den wir gerade hier rausgezogen haben Ich liebe diese Angel Oder es liegt es an dem Teich Ich liebe dieses Meer Ich werde es das Külksmeer taufen Aus Ein Lachs Wenigstens kein roher Fische Wow Roher Fische Es ist eh Ungefähr so spezifisch Wie ähm Fleischfresser. Nein, doch. Ich hab's noch geschafft. Geil. Na los, komm. Was kriegt man denn noch? Oh, Kugelfisch. Not the bad, not the bad. Na los, komm. Zeig dich, du Fisch. Los, Fisch. Oder was auch immer da gleich ziehen wird. Oh, das war jetzt einfach so rausgeholt. Da hab ich ihn einfach mal so rausgeholt. Den Fisch natürlich. Ach, Quatsch. Müssen wir mal die Redstone jetzt reinhauen. Langweilig. Ich bin jetzt verwöhnt vom Glück. Ich will da mal mehr haben. Ich bin jetzt einfach so glücksverwöhnt, dass ich mehr haben möchte. Na los, komm. Einmal noch probieren wir was. Einen, der noch. Der jetzt noch. Kugelfisch. Kugelfisch. Ja, wow. Gefällt mir. So, Trank der Unterwasseratmung ist wieder fertig. Gefällt mir ebenfalls. So, dann machen wir uns mal hier jetzt so rum. Dann packe ich mir die beiden Fische mal hier rein. Ey, wie viel Fisch wir haben, ey. Ich mach das jetzt mal nach den Regaleinsortierungen. Achso. So. Die Angel kommt logischerweise dann da hin. Neverwatchpack schon mal hier rein und den Redstone, weil das kann man ja immer gleich damit verwendet. So, jetzt kommt natürlich das hier rein und die Musik ist überhaupt nicht stressig zum Glück. Ah, Storyteller. Das ist ein geiles Stück. Oh, du geiles Stück, du. Oh, jawoll. Da, da, da. So, warte mal. So, klack, 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 klack. Wasserflaschen. Trank, klack, 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 klack Sonst wird das nichts. Na dann. Ich würde noch meine 3 Sätze mal tränken. Nachtsicht kriegt man ja keiner, deswegen ziehe ich das mal so. Noch mehr seltsame Tränke. Und das kann ich wegführen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.